Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir, ja, quasi die Folge hier beendet. Wir sind immer noch auf der Suche nach den fehlenden Seiten von Richard Jackdaw, beziehungsweise den, ja, letzten Endes, dem Zauberstab der Ollivanders, wegen wir hier sind. Und, ja, unser Charakter hat quasi schon offenbart, dass es hier irgendein verstecktes Symbol geben soll. Okay. Oh, hinter dem Felsen. Da ist das Symbol. Ach, hier oben. Ah. Alles klar. Okay. Mussten wir uns gar nicht selbst darum kümmern, das zu lösen, sondern, äh, unser Charakter hat es einfach von alleine gemacht. Es ist quasi, ja, noch ein Stück Brücke dazugekommen. Oh, Klumpsaft. Sehr schön. Oh, was haben wir hier? Oh, Felsen. Okay. Oder oben sind wieder Spinnen. Ich sehe sie schon. Wir werden uns doch bestimmt gleich wieder angreifen. Okay. Okay. Also, sie greifen uns nicht an. Wir können sie aber angreifen. So. Gucken wir mal hier hoch. So. Sieht nämlich nach einer leicht verschreckten Höhle aus hier. Das scheint auch eine Truhe zu sein. Ach, ich mag Truhen. Ich mag den mir natürlich sehr gern. Das stimmt. Okay. Sind wir jetzt wieder auf dem... Sind wir jetzt wieder auf dem Hauptpfad? Ich glaube schon, oder? Was ist hier? Ja, doch. Wir sind wieder auf dem Hauptpfad. Also, alles richtig gemacht. Ein kleines Secret entdeckt. Was ist hier? Gehen wir da durch? Ne. Sieht nicht so aus. Spinnen. Ah, da drüben kann man auch hin. Und hier auch. Ich würde vielleicht erst mal... Oh. Okay. Jackdaw ist nicht runtergefallen, aber wir schon. Ja, ich stand ein bisschen... Ich stand ein bisschen zu nah am Renn. Es geht auch immer so einen kleinen Schritt vor, wenn... Wenn der einen Zauber macht. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Ja, habt ihr gesehen? Okay, wir gehen immer ein kleines Stück nach vorne. Und das ist uns einfach gerade zu Verhängnis geworden. Ein gravierendes... Um Gottes Willen. Wir machen hier kein... Unberührte Truhe. Ja, kein Iron Man Run oder so. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Akio. Mit dem wir hier versuchen, ohne... Ja, ohne Tod durchzugehen. Beziehungsweise der Tod, das sofortigen Beenden des Spiels bedeutet. Was natürlich auch interessant wäre, aber... Ich glaube, für ein Let's Play ist das... Okay, dann wird's dieser... Okay, dann wird's dieser... Okay... Okay, da gibt's viele kleine Spinnen. Auf jeden Fall. Da gibt's viele kleine Spinnen, das ist doch... Okay, Protego Blüter zerfährt immer hier. Wir sind jetzt hier ein kleines Stück weiter. Okay, hat die gerade Schaden bekommen, weil die gegen die Wand gerutscht ist? Ich meine, das ist gut für uns. Ein Nomadenhut. Aber es gibt keine Spur von ihm. Das ist besser als unsere jetzige. Ihr wisst, was das bedeutet. Aufsetzen. Ja, noch mal 8 Verteidigung dazu. Ein Nomadenhut. Okay. Den möchte ich aber auch nun gerne. Ich möchte so einen richtig coolen... Weiß ich nicht, schwarzen Zauberhut. Ja, dann kommen wir hier auch durch. Oder? Oder vielleicht auch nicht? Hm, okay. Dann kommen wir anscheinend doch nicht da durch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zum... Äh, Anfang. Und... Ja, gehen dem Hauptweg weiter. Oder folgen dem Hauptweg weiter. Das müsste ja... Genau, wir müssen hier hin. Da kommen wir nicht noch irgendwie weiter. Wir haben wir auf. Ach, die ist schon tot. Okay. Da geht's nochmal weiter zu einer Truhe. Ach, hier. Hier war das. Alles klar. So. Hier ist noch eine Truhe. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen besseren Loot. Eine unberührte Truhe. Bisher war es ja ein bisschen... Oh, mau. Was wir so gefunden haben. Halt, Galilion. Ich bin froh, dass Richard Jackdor mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? So. Schauen wir mal hier. Oh, ist noch eine Plattform? Okay. Suchen wir mal, dieses Rätsel hier zu lösen. Okay. Gehen wir auch noch hin. Zwei Galilion. Also. Das könnte ruhig besser sein. Ich bin ehrlich. Da könnte ruhig ein bisschen mehr drin sein. Für die Rätsel, die wir hier lösen. Na, noch ein Mega-Power-Trinker. Okay. Einten ist noch einer. Joa, wie kommen wir da hin? Ah. Wir müssen auf halbem Weg einhalten. Das Schalt. Ja. Eine unberührte Truhe. Und dann wieder da schon. Richard war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Halb-Glas-Brille. Okay. Die ist auch besser als die, die wir jetzt tragen. Dann müssen wir auf jeden Fall mal reingucken. Oh ja. Zehn-Verteidigung. Das lohnt sich dann doch schon. Und Handschuhe. Die waren aber schlechter. Ja. Genau. Die waren schlechter. Aber die Brille würde ich gerne. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Professor. Nein. Die setzen wir ab. Wir sind Schüler. Kein Professor. So. Und. Dann würde ich jetzt mal kurz. Schauen. Die sind irgendwo von da hinten gekommen. Ja. Ganz ruhig runter. Ich glaube, hier passiert nichts. Hier unten gab es noch Rohr-Klump-Saft. Die nehmen wir natürlich mit. Nee. Hätte sein können, dass es so eine kleine Nische ist, durch die man durchgehen kann. Aber ganz offensichtlich ist es das nicht. Ah, hier können wir sogar hochklettern. Okay. Da hätten wir die Blattwohnung gar nicht gebraucht. So. Ich glaube, hier haben wir gestartet. Das heißt, uns bleiben eigentlich nur noch... Uns bleibt nur noch ein Weg. Und zwar hier lang. Da ist sie. Die Brücke. Sie ist fast fertig. Da ist die Brücke. Okay. Oh. Spinnen. Noch mehr Spinnen. Wie können wir Chatechner nicht an Hauptgetarfen? Stufo. Protego. Stufo. Stufo. Oh. Okay. Okay. Ach, ich kriege sie jetzt einfach richtig schön voll um die Ohren. Ja. Sehr nice. Aber da sind trotzdem noch zwei Spinnen. Oh, zwei von den Matriarchen. Einer muss das. Zum Glück haben wir. Jetzt haben wir den links gerade fertiggebracht. Also unseren Mega-Zauber. Mach's gut, Monster. Seit Jackdor hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Gerade gefüllt. Unten die Leiste. War natürlich sehr praktisch. dadurch hatten wir jetzt mit dem Materialchen keine Probleme. Aber es müssen ja auch nicht immer so harte Kämpfe sein, oder? Das sieht aber cool aus. Ist es Vögel oder Fledermäuse? Okay. Wir werden es nicht erfahren, vermute ich. Oh, Malvenkraut. Das ist sehr praktisch. Weil ich auch nicht genau weiß, wie viel wir noch übrig haben, um noch Prüfungen zu absolvieren. Das war nirgends ein kopfloses Skelett. Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Okay, hier ist ein so ein Symbol. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Okay. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwo eins haben. Also bisher waren es immer drei. Da haben wir schon mal eins. Da ist noch eins. Und da ist auch noch eins. Okay. Okay. Sehr schön. Perfekt. Dann haben wir die Brücke jetzt fertig. Und ich bin gespannt, wohin sie uns führt. Dann scheint auf jeden Fall jemand zu warten. Sah wieder ein bisschen so aus wie so ein Wächter. Ich muss näher an Jackdors Überreste herankommen. Und an die Seiten. Ah, da ist er gestorben. Okay. Ja, da waren es tatsächlich diese Wächter wahrscheinlich, die ihn getötet haben. Da ist Jackdor. So tot wie eh und je. Was ist passiert? Ja, das sind die Schwerter. Was ist denn da passiert? Ja, da ist er. Ich gehe erstmal hier rüber und öffne erstmal die Truhe. Das ist ganz wichtig. Das ist wichtiger als alles andere. Erstmal Truhen öffnen. Drüben ist auch noch eine. Hier liegt auch noch ein bisschen Kleingeld rum. Nochmal ein Mega-Brautrang. Sehr schön. Gut. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdor. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Okay. Ja, natürlich. Protego. Stufor. Achio. Stufor. Lebioso. Achio. Incentive. Protego. Okay. Ah, na klar. Expelliarmus. Oh, habe ich da selber dran gedacht. Das stimmt. Achio. Incentive. Lilioso. Expelliarmus. So, jetzt sind die Kleinen weg. Jetzt kommen natürlich die Großen her. Uh, wir werden unseren Spaß haben. Den Karium-Beschützer. Da können wir auf jeden Fall den einen dazu. Die sind nicht mal mit einem Schlag besiegt. Oh, ich war doch. Expelliarmus. Okay. Okay. Incentive. Lebioso. Expelliarmus. Incentive. Achio. Jetzt hier muss ich ein Gleichgewicht bringen. Ja. Zeige ich euch mal. Das ist sehr schön. Nicht flawless. Also wir mussten zwei unserer Tränke benutzen. Aber. Das ist unheimlich. Was war denn das? Aber ich denke, wir haben uns trotzdem ganz gut geschlagen. Vor allen Dingen gegen diese großen Wächter. Die waren doch ein schönes Stückchen stärker, als ich dachte. Und hier gibt es jetzt auf jeden Fall. Scheint es auf jeden Fall in der Karium nicht. Das habe ich schon mal gesehen. Ach, nee, doch nicht. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Genau, eine. Ja, ein Portal. Gehen wir mal durch. Wo bin ich? Das ist auf jeden Fall was Geheimes, glaube ich. Also, ja. Hier kommt man ja quasi nur rein, wenn man, äh. Die alte Magie nutzen kann. Okay, also ich kann mich nicht bewegen. Okay, dann scheint es die alte Magie zu sein. Jetzt sind wir unter Wasser. Okay. Hat uns die alte Magie jetzt von allein beschützt? Ja, sehr interessant mal zu wissen. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Ja. Wo bin ich hier? Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Wie sind wir jetzt eigentlich gelandet am Ende? Was ist das für ein Ort? Okay, die zeigen ein Ort. Wandgemälde? Oh, Rackham. Kann das sein? Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer enttägt? Ich kenne sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offengesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morganock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor? Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Hm, das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Okay. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von Ihnen. Sind Sie ein Seher? Für wahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Okay, warum war er dann verwundert, so jemand Junges hier gesehen zu haben? Oder halt, dass wir halt jung sind und hier vor ihm stehen? Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut. Wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Eine Verbindung zur alten Magie hat Talente freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Ja, sehr schön. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle Weise. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Gehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten. Okay. Haupttalente. Dunkle Künste. Zaubersprüche. Schleichen. Raum der Wünsche. Verbessern deine Nutzung von Trinken und Kampffflanzen. Das habe ich bisher noch gar nicht gebraucht. Ich würde vielleicht mal reingucken, was man da freischalten kann. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter Kaukohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Okay. Interessant. Die Duos-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf Gegner zurück. Aber das ist kein dauerhafter Work, oder? Das wäre übertrieben OP. Die Wirkung eines unsichtbarkeitsdrangs hält länger. Okay, den haben wir noch gar nicht. Maxima-Trank verleiht zusätzlichen erhöhten Schaden und die Fähigkeit Schutzzauer zu durchbrechen. Der Schaden und die Dauer des Kampfunfähigkeitseffekts von Alraun sind erhöht. Okay, das kann ich alles noch nicht, weil ich die Tränke bzw. die Pflanzen noch gar nicht nutzen kann. Das gibt es beim Schleichen. Gegner können dich schlecht entdecken. Okay. Du kannst sprinten, während du Desillusionierungen einsetzt. Okay. Also wir können quasi auch solche Verstecke machen, ohne direkt kämpfen zu müssen. Und dann können wir uns auch einfach vorbeischleichen. Gegner können dich noch schlechter entdecken. Okay, irgendwas mit Petroficus Totalus, den haben wir aber auch noch nicht. Also Entschuldigung, wir müssen uns das erstmal alles angucken. Heiliger. Okay, das machen wir vielleicht als letztes. Bauersprüche. Der Einsatz von Incendio entfesselt ein Ring aus Feuer um dich herum. Okay, nice. Ich bin nur in der Nähe eines mit Hachio beschworenen Zielzehrt ebenfalls zu dir gezogen. Ebenfalls nice. Gegner in der Nähe eines mit Leviosus levitierten Zielzwert ebenfalls levitiert. Okay. Confringo. Okay, das haben wir noch nicht. Die Pulse haben wir auch noch nicht. Und die Findo haben wir auch noch nicht. Varda. Descendo. Glatius haben wir alles noch nicht. Okay, aber also die drei Perks hier klingen auf jeden Fall sehr gut. Weil das sind auch so die Zauber, die ich am häufigsten benutze. Also das würde ich auf jeden Fall nehmen. Und das. Weil das einfach in Kombination mega stark ist. Also man zieht sich die mit Akio ran. Macht dann den Incendio. Der dann halt auch mehrere Gegner trifft. Levioso? Weiß ich noch nicht. Würde ich erstmal weiter gucken. Vielleicht, was haben wir hier? Ah, hier können wir dann die Unverzeihlichen anwenden. Vada Kedavra. Kruzio. Oh, das ist Kruzio? Nee. Ja, Kruzio. Verlangsamung. Imperium. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt lernen will. Ja, weil das passt nicht zu einem Hogwarts-Schüler. Also zumindest nicht so einen, wie wir ihn spielen. In einem verfluchten Ziel Schaden zugefügt. Und da hatten alle verfluchten Ziele Schaden. Okay. Stupa hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden höhenden Schaden. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Flipendo. Rückstoßfluch. Okay, den haben wir noch nicht. Ähm. Aber die drei hier zumindest, ne. Dass wir Stupa und Experliamus quasi zu Flüchen machen. Und alle verfluchten Ziele dann Schaden erhalten. Und gleichzeitig noch diesen Effekt verlängern. Das in Kombination ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Das würde ich direkt mal angehen. Ja, sehr cool. Dann haben wir noch sechs übrig. Wollen wir mal hier bei den Haupttalenten nochmal gucken. Da haben wir ein neues Zauber-Set. Ah. Das ist natürlich cool. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Das ist mega. Basis-Zaubertrauffe reduzieren. Die Abklingzeit von Zauber... Mega. Auch gut. Okay. So ein Dash. Also machen wir aus unserer Ausweichrolle einfach einen richtigen Dash, um uns zu den Gegnern zu dashen. Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Beim letzten Mal habe ich gemerkt, das ist noch ziemlich wenig, was wir da bekommen. Für die Reichweite von Reveilion. Okay. Okay. Ja, das ist nochmal. Na, ich bin mir nicht sicher. Das nehmen wir auf jeden Fall. Klingzeiten reduzieren. Was haben wir hier? Alter Magiewurf. Ja. Und auf jeden Fall noch ein zweites Set an Zaubersprüchen. Das ist uns quasi so ein bisschen, ja, ein bisschen Kampfzaubersprüche vielleicht zurechtlegen. Und irgendwas, was man einfach nur so benutzt, wenn man durch die Welt läuft. So ein kleines Set. Wird ausweichend gedrückt, um zu verschwinden. Also der Dash. Na, über die Reichweite von Reveilion. Von Stupor getroffen. Die Gegner werden länger betrübt. Ja, das nehmen wir auch noch mit rein. Und. Ja. Weil das machen wir auch relativ häufig. Und dadurch fühlt sich halt unsere alte Magieanzeige schneller. Ja, mega. Da haben wir schon ordentlich was freigeschaltet. Richtig genial. So, jetzt würde ich mich nur nochmal kurz. Nochmal kurz umschauen. Warte, oben geht's wieder zurück. Okay. Da gab's auch nichts weiter jetzt, ne? Okay. Jetzt sollten wir diesen, diesen Kaukohl auch öfter mal benutzen. Müssten wir vielleicht mal probieren, wie sich das im Kampf auswirkt. Hatten wir vielleicht gegen die Spinnen probieren können. Weil das sind dann viele Gegner auf einmal. Und wenn wir da quasi zusätzlichen Gehilfen dabei haben. Ich habe die Seiten- und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ja, vielleicht gibt's in dem Buch noch ein, ähm... Ja, vielleicht ist das quasi noch ein Denkarium. Oder er öffnet Zugang zu einer Erinnerung aus einem Denkarium. Wie war's, äh, wie das bei dem Buch, äh, war, das wir unter der verbundenen Beteilung gefunden haben. Oh, was haben wir hier? Oh, ne Kiste mit Auge. Das hat er wohl schon lange nicht mehr. Hier zum Beispiel könnte man dann... Desillusionierung. Genau. Vielleicht... Lumos. Und hier unser Kampfset. Da machen wir dann eher so... Gio auf jeden Fall. Incendio. Ähm... Spalliarmus und Livioso. So. Kann ich das auch so wechseln? Ah ja. Perfekt. Ähm... Hat sich schon bezahlt gemacht. Diesen Perk freizuschalten. 500 Gold. Jetzt müssen wir nur im Kampf dann auch dran denken, den zu benutzen. Also beziehungsweise das Set. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wo wir wieder rauskommen. Ich bin... ...wieder in Hogwarts? Okay. Wann Professor Fick wohl zurückkommt. Hä? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Warte hinten. Ach, ja. Ach, ja. Sehr schön. Neuer Auftrag verfügbar. Schauen wir mal, was es Neues gibt. Oh, besuche den Flugunterricht. Oh, fliegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was bekommen. Müssen wir auf jeden Fall langsam mal wieder was verkaufen. Wir haben nämlich noch drei Slots frei. Nicht-Identifizierter Gegenstand. Irgendwie zum Raum der Wünsche, um die Qualität zu enthüllen. Okay, das ist neu. Und der ist auch deutlich schlechter, als den, den wir jetzt haben. Das bekommen wir hin. Das ist natürlich auch gängig, Depulso. Wasser Scharps, Aufgabe 1. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und die Durus und teste sie zeitgleich. Okay, wo können wir die beschaffen? Das ist jetzt eine gute Frage. Aber ich glaube, wir machen erst mal, ähm... Reveilion. Machen als allererstes mal die Flugstunde. Schade, hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein. Hm, vielleicht wenn wir Bombarder hätten. Dass wir das sprengen könnten. Oh, hier ist noch... ...ein deidalisches Schloss. Und hier ist der Schlüssel dazu. Okay, der Schlüssel ist ja mega langsam. Ja, dann holen wir uns nämlich gleich die Hausmarke noch. Du hast keine Chance gegen mich, Schlüssel. Nice. Dann geht's in diese Richtung wohl wieder raus. Da kommen wir auch nicht rein. Oh, wir brauchen echt... Wir brauchen echt so langsam mal Alohomora. So viele Schlösser, die hier... Okay, noch einer. Statue des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts. Draco dormiens nunquam titilandus. Bedeutet, kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Zum Glück ist dieser schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen. Er kann gefahrlos gekitzelt werden. Okay, das würde ich halt trotzdem nicht machen. Jetzt ist der Schlüssel abgehauen. Aber er wartet hier. Mal gleich die nächste Hausmarke. Auch cool. Vielleicht zwei Sachen noch zusätzlich abgeschlossen. Ja. Die Hausmarke noch langsam wieder abgeben. Kling. Okay. Jetzt wieder raus. Wo sind wir hier eigentlich? In welchem Teil des Schlosses? Okay. Gut. Wo wir jetzt weitermachen. Ich sehe gerade, dass es Zeit ist, die Folge zu beenden. Und aus diesem Grund würde ich sagen, wir besuchen die Völkstunde einfach in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.